Soziologen sagen, wenn Playmobil eine Figur herstellt, dann ist das in der Mitte der Gesellschaft angekommen, soziologisch gesehen. Das finde ich schon mal gut. Also Luther ist in der Mitte der Gesellschaft. Und außerdem habe ich den Luther selber immer wieder auf Reisen mitgenommen zum Verschenken. Ich nehme Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Ich war im Februar in Guatemala und war da beim katholischen Erzbischof zum Abendessen eingeladen. Da dachte ich, ja, musste aufpassen, jetzt, dass alles gut geht so beim katholischen Erzbischof, älterer Herr. Und hatte den Luther in der Handtasche und habe die ganze Zeit überlegt, kann man jetzt als Lutheranerin aus Deutschland einem katholischen Erzbischof in Anwesenheit von lauter Weihbischöfen und Regionalbischöfen da so einen Luther geben. Ich habe ihn dann doch aus der Handtasche geholt. Der Erzbischof war hingerissen, er hat das Ding zusammengebaut, hat sich fotografieren lassen. Der Weihbischof mit Luther, die waren ganz glücklich. Also da habe ich dann gedacht, in der Bibel steht ja, wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder. Also ich finde, das kann man jetzt auch mal zulassen, so ein Playmobil Luther. Also ich finde, das kann man jetzt nicht mehr, dass das Ding, der ein Bolstuch ist.